Für das Kajak-Padel, so Kajakfahren, dass man so diese Bewegung macht, um nach vorne zu kommen. Ich habe hier ein Gürtel, ihr könnt auch so eine PVC-Röhre, ein Besen oder etwas nehmen oder auch einen ganz normalen Gürtel, vielleicht ein Yoga-Gürtel, geht auch. Und die Bewegung muss genau, wenn wir uns in einem Kanu befinden, gestreckte Arme so das Wasser auf die Seite schieben, nur, hier vorne ist es ein bisschen einfach, das sollte easy sein, es ist zu einfach, wir gehen nach hinten, dass wir bei der Bewegung den Gürtel über unserem Kopf nicht sehen können, das heißt, dass alles hinten verladet ist. Oberkörper aufrecht und Paddeln, 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 genau.